Und jetzt steigen wir definitiv in die Weihnacht ein und das mit einem von den schönsten Themen meiner Meinung nach von der Weihnacht. Es geht um Engel. Wir sind im Ortsmuseum in Pinningen und da ist doch schon seit drei Wochenenden eine wundervolle Ausstellung im Gang. Und genau aus diesem Grund sind wir hier, um euch noch einmal die Möglichkeit zu geben, was ihr dann kurz vor der Weihnacht machen könnt. Es ist nämlich am Sonntag noch einmal offen vor der Weihnacht. Bei mir ist Lotti Preisweg. Lotti, erzähl mal etwas über das Reich, das wir hier antreffen. Wie viele Engel hast du hier aus deinem Fund aus Vöhr geholt? Ich habe 388 Engel aus meinem Fund aus Vöhr geholt. Aber wie viele Engel hast du denn generell? Circa 750. Das heisst mit dir 751 Engel. Das war ein schönes Brücken. Wie bist du denn überhaupt zu diesem gekommen? Wie fängt man plötzlich von Engel zu sammeln? Bist du berufen worden? Nein, ich glaube nicht. Aber ich habe ganz als kleine Mädchen meiner Grossmutter ein Bild bekommen. Das, was hier hinter uns ist. Und irgendwie hat mich der Engel immer begleitet. Und eines Tages fand ich, dass ich jetzt selber Engel sammeln muss. Und dann bin ich einmal an einem Weihnachtsmarkt nach Nürnberg und habe meine ersten drei kleinen Engel geholfen. Und seitdem bist du auf der halben Welt unterwegs und hast diese Engel geholt. Weisst du denn noch, wenn du einem wieder begegnest, auch zu Hause, die Geschichte, die dahinter war, weisst du noch von jedem, wie es zustande gekommen ist? Also die Geschichte dahinter habe ich vielleicht von etwa drei, die ich weiss. Und die anderen Engel weiss eigentlich, von wem sie sind. Wie muss man sich das vorstellen? Es hat auch in der Zeitung, in der ich gelesen habe, du packst eben diesen Schatz aus. Ja, was heisst auspacken? Sind die Engel in der ganzen Wohnung während des ganzen Jahres unterwegs am Fliegen? Einige sind das ganze Jahr am Fliegen entstoben und der Rest ist schön eingepackt in der Schachtel. Also und wenn ihr die Engel mal sehen wollt, eben nicht eingepackt, dann ist das die letzte Chance. Kurz vor Weihnachten, am Sonntag, dürft ihr hier ab 2 Uhr wieder ins Dorfmuseum in Binningen. Und dann hat es hier noch eine andere Wand, die seht ihr jetzt gerade. Und wenn ihr wollt sehen, was für Engel sich dann dort dahinter verbergen, dann müsst ihr definitiv vorbeikommen. Und zum Abschluss lassen wir jetzt nochmal für euch ein paar Engel-Revues passieren. Geise, Rieset der Schicht, still und starb und der Seh. Weihnachtlich glänzt der Wald, Freuernis ist ins Kumpalt. Freuernis ist ins Kumpalt, Freuernis ist ins Kumpalt, Freuernis ist ins Kumpalt. Freuernis ist ins Kumpalt, Freuernis ist ins Kumpalt, Freuernis ist ins Kumpalt, Phrieber zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020